Christian, du bist der Mann meines Lebens und ich liebe dich. Mehr als alles andere. Christian, möchtest du mich heiraten? Ist das deine Antwort? Ja, ich würde. Na dann. Ach, links. Nein, ich würde. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Christian Mann, ich liebe dich. Du bist der auf den ich immer gewartet habe, mein Traummann. Mein Seelenverwandter. Meine zweite Hälfte. Und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Für immer. Egal, was passiert. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben mithilfst. Oliver Sabel. Du hast mir gezeigt, was es heißt, sich zu lieben. Und füreinander da zu sein. Wie man sich streitet, aber auch verwöhnt. Entschuldigung. Wie man sich versöhnt. Du hast mir gezeigt, wie man über sich hinauswächst. Und wie man sich was im Leben traut. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und deshalb... Ja, ich will ja auch. 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 Aber ich will ja auch. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Damit will ich euch segnen. Ihr dürft euch jetzt küssen. Und Sie dürfen ruhig klatschen. Seine Kirche, Herrn Kerker. Und Sie dürfen ruhig klatschen. Und Sie dürfen ruhig klatschen. Und Sie dürfen ruhig klatschen.